Morgen aus Willingen, bei knackigen 5 Grad oder was, am Heiligen Sonntag. Das erste Mal dieses Jahr Bikepark. Jetzt fahren wir gerade runter zum K5-Lift für die erste Abfahrt, Auffahrt, um dann runterfahren zu können. Wir hoffen, dass es trocken bleibt. Der Wetterbericht sagt, es soll trocken bleiben. Und ansonsten schauen wir mal, wie das noch so funktioniert. Da sehen wir uns später auf dem Trail. Bis denne! Freunde, die erste Liftfahrt nach oben. Gott sei Dank weht kein Wind. Aber es reicht, um kalt werden zu lassen. Der Willingen kennt, der weiß, dass das Liften hier eigentlich das härteste ist überhaupt. Scheiß auf die Abfahrten. Wer den Lift überlebt, überlebt auch den Park. André hat gerade schon geflogen. Warum sind wir nicht mit der Gondel hochgefahren? Ja, schauen wir mal. In der Hoffnung, dass wir warm werden beim runterkommen. Ich hoffe, man sieht das weiße Zeug, was überall an dem hängt. Weil hier ist so ein bisschen, wie nennt man das? Schnee, glaube ich. Schneegraupe oder so nen Scheiß hier. Sonne soll er geben, ne? Sonne, ne? Sonne, Sonne. Sonne, weiße Sonne hier, die Scheiße da. Man sieht es nicht, aber hier kommt es richtig runter. Die sind alle total begeistert hier. Da auch. Ja, Schnee. Alles weiß, der Kollege. Man könnte ja zu Hause sitzen und leckerer Kaffee trinken. Aber nee, wir haben gedacht, wir fahren mal bei Sonnenschein nach Willingen. Yeah. Hätten wir besser die Skier mitgenommen. Aber egal, Spaß muss sein. Gott sei Dank sind wir warm angezogen. Na, dann versuchen wir mal die Enduro. Geh mal auf Seite hier mit deinem Pissfahrrad. Enduro bei bestem Wetter. Aber wir wollen es ja nicht beschweren, ne? Wollte es ja noch einen Snowrun hinkriegen, hätte ich auch nicht gedacht. Wurzeln sind jetzt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber bis her klappt es ganz gut. Uppah. Das ist wieder mein Lieblingsstück hier. Puh. So. Weiter geht's. Seht schon wieder aus wie Sau. Jawoll, Junge. Der Einstieg sieht immer ein bisschen anders aus. Uppah. Die ist aber immer mega rutschig jetzt. Da hat er sich ein bisschen verbremst. Alles gut. Junge. Kleinen Bremsfehler gemacht. Du scheiße. Wuhu. die ist echt spannend bei den Bedingungen mein lieber Scholli das Vorderrad wieder weggerutscht echt nicht ohne bei dem Wetter alles gut danke ich glaube die brauchen wir heute nicht nochmal fahren Junge Junge nicht der Birner bei dem Wetter gute Auffahrt und man glaubt es kaum der Himmel reißt auf 12 Uhr Sonne pur Gott sei Dank haben wir Sonnencreme dabei aber kalte sind immer noch aber schauen wir mal die Endurograd war sehr spannend die war nämlich ein bisschen schlammig aber Ronny springt gleich nur das Road Gap dann kriegen wir ein schickes Video die fährt vor muss man hier erstmal wieder irgendeine Line einträgen einfach mal quer drüber so 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 Junge ist die ruppig geworden so oh scheiße das Schwein das ist die Lehmrinne oh Timo alles gut alles gut alles gut alles gut so wie schön Kenevo geht ja echt gut muss man mal so sagen so viele Bremswellen das wäre Wahnsinn hier müsste man eigentlich richtig abziehen kaut er sich aber nicht hier auch nicht hier 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach, geschafft! So, fertig für heute. Es hat viel Spaß gemacht, aber trotzdem anstrengend. Merkt, ob man nicht viel gefahren ist dieses Jahr, aufgrund des Wetters. Aber alle Heide geblieben. Das ist die Hauptsache. Bis dann!